Hey Leute, wir begrüßen euch wieder zu New Luigi... Nein, New Super Luigi U. Zweiter Part, immer noch Eichenhain. Piranha-Garten-Party mit Maru. Hallo. Hallo, ja. Weiblich das Support von meinem Kanal. Und ganz viele Fan-Leute, die was in den Schuhen lassen. Oh Gott. So. Ich habe vergessen, mir meine E-Frau anzuziehen. Ob ich immer machen könnte. Oh, Mini... Oh, ich glaube, da werde ich eine Mini machen. Warte. Oh Mann. Mini-Pits. Hä, okay, aber wir brauchen auf jeden Fall die Mini-Pits. Wir haben bisher noch eine Mini-Pits bekommen, oder? Oh, leck, leck, leck. So. Nein, ich wurde getroffen, nein! Ah, okay. Das ist nur ein Polar, er ist die Zwecke. Ja, wir brauchen Mini-Pits, wie haben wir denn Mini-Pits? Frag mich nicht. Guck mal, das ist Luigi. Er lässt sich überall. Er lässt sich überall. Wow. Okay, das war... Schlecht. Ja. Genau so. Oh, warte mal. Ach, das ist... Ja. Hä? Auch ein Mini-Pits? Oder ist da... Nee. Oh. Aha, ach so. Aha! Okay. Ah, das ist die schlechte Mönche. Ah, das ist die schlechte Mönche. Ah, das ist die schlechte Mönche. Wollen wir noch 36 Sekunden? Ah, okay. Nee, ja.. Aber wo können wir denn... Hehehe! Wir müssen aber auf jeden Fall... Zieh.. Aber, hey, wo können wir denn ein Mini-Pilz hier auf der Tür? Ja, glaub mir, mein Pilz! Der ist gegen mich gekommen. Ich hab mich nicht mal bewegt. Mini-Pizza, warum haben wir das ja irgendwo an gesehen? Nein, oder? Oh, ha! 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 Phew! Make it! Hey! Skurril, skurril! Warum wüsste man eigentlich normalerweise da bekommen? Fragen über Fragen. Antworten gibt es keine... Ja, oder wenigstens ein Level davor. Oh, okay. Okay, ich mach links, du rechts. Oder ich geh jetzt rechts, weil ich so weit schon vorne bin. Okay, ich hab alles eingesammelt. Schauen wir mal. Noo! Ja, okay, nass. Komm, oder? Ja. Wir haben auch 40 viele Bose-Sachen raus, ja. Ja, aber komm. Nein, ich hab schon die Bose-Sachen. Ich glaub, wir haben... Plus, Minus... Ah, okay. Plus, Minus, Null. Ja, sehr erfolgreich. Ich glaub... Wir haben einige, aber... Ja. Wie schade, so ein Pech. Aber ja, okay. Ich mein, Leben ist ja eh egal. Wenn einer Game Over geht, könnt ihr ja eh fünf leben. Daher... Pass ich nicht. Al... Wann haben wir den Zahn? Nee, nur einen Power-Stern. Hm. So wirklich verlangt, dass man irgendwo einen Power-Stern bei dem Haus kriegt. Was doch. Mini-Pilz, Mini-Pilz, Mini-Pilz. Ja, wo bist du denn? So, du müsstest ja echt eine Feuerblume bekommen, oder? Ah, eine Eisblume, Eis von beiden. Nee, ein Stern, okay, ja. Dann ziehen wir den Stern. Ah, ein Propeller! Großzügig! Das ist am Anfang des Spiels. Wobei wir einen Mini-Pilz gebraucht hätten. Ja, das ist jetzt ultimativ dumm. Ich weiß nicht. Mini-Pilz, okay. Ja, merken wir uns auf jeden Fall in dem Level, ja. Mini-Pilz brauchen wir auf jeden Fall. Lemmy! Nein, Pilz kommt wieder! Oh, da oben wird die erste Sternenmutzel. Haben wir... Du kannst ja so weit springen. Ja, 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 kann ich. Aber... Ich kann doch sterben. Ja, die hättest du ruhig einig in den Fall. Risiko! Ja, jetzt ist zu spät. Die sind schon weg, oder? Die sind schon weg, oder? Die sind schon weg, oder? Ja, die sind schon weg. Oh, ich kann auch so weit springen. Ja, ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich wieder einen Mund vergessen habe. Aber... Ja. Ah, nur mal halbwegs so. Ja. Best. Hä, wieso? Okay. Na, ich spüre... Jetzt hab ich aufgesprungen. War clever. Hä, aber... Da... Da... So viele Münzen, wo man extra einen speziellen Pilz braucht, das ist doch verdummt. Okay. Mal kill ihn nicht mal in den Level. Lemmys Dunkelfesto. Interessant wär gewesen, ob es die erste oder die dritte gewesen wäre. Ach, die... Die hätten doch schon zwei gehabt. 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 Echt? Und was wird dann gesammelt? Da haben wir eine gesammelt und ich glaub ich... Ich weiß nicht, wir hätten plötzlich zwei gehabt. Okay. Warte, warte, warte. So. Ja! Ist okay, ist okay! Nein! Nein, nicht innen noch. Okay. Verkackt! Ja, aber wo haben wir... Nee, guck mal, da kommt jetzt der Lidlid. Oh, nein, hier. Pfff. Nein. Das ist ja nur... Pfff. Okay, aber da kommen wir halt echt nur mit den... Oh, da könnte ich hier Stumpel und dann bring ich das runter, ne? Ja, du bist klein, opfer dich los. OPFER DICH TOT! Wieso springt der nicht? Okay, das war... ... ziemlich schlecht. So. So. Hier am besten mit Anlocken läuft. Nee. Okay, versuch ich das jetzt mal. Ah, meine Güte! Ah, der... ... ist aber auch echt ein Schlechtplatz. Ja, ich... Ach, ich bin da. Die Pizzen hat mich grad fertig. Wow, ja. Ja, genau! Ich glaube, die Zeltlöfter. Ah ja, geh weiter. Wow, das... Wieso springt der nicht? Weil man A drückt muss zum Springen. Ich hab ja gedrückt. So, aber wir nehmen jetzt mal... ... den Propeller, damit wir diesen Munzleit kriegen. Ich hab keine andere Idee, wie wir da sonst ankommen sollen. Vielleicht war da extra dafür bestimmt, weil wir ein Level davor bekommen haben. Ja, das kann gut sein. Und... ... und... ... und... ... und... ... und... ... der hätte ich fast getötet. Okay, aber auf jeden Fall mit dem 2. Das ist schon gut. Gut. Oh, gut. Oh, der Vorschein. Ich weiß nicht, wann's vorbei ist! Jetzt, glaub ich. Ja. Wir müssen wirklich wieder ein bisschen wieder Koffer... ... anziehen. Okay, wir haben wieder den Munzi vergessen, oder? Ja. Ich hab mich hier... ... und jetzt noch... ... prüfen wir halt... ... der durch... ... viel zu rüpp... ... lassen wir auch kurz... ... 30 Sekunden... ... und das zurückdringen. Oh! Okay, ich hab meinen Verlauf. Ärgerlich! Gut. Aber damit haben wir die... ... zack! ... und so! 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 Ach! Oh, okay! Ich hab da rechts noch die... ... die... Ich glaub nicht! ... ne! Ja, das ist jetzt... ... dumm gelaufen für dich! Normalerie! ... und so. ... Lam Casa familiar ist... ... und so ist das nicht... Ich glaub nicht! ... ist er vielleicht nur von Lamy oder Lamy? ... ... sag St Remi bine! ... ... hier! Oh ja. Aber das ist die Lemi-Leri-Varsch-Wir-Warsch-Wir sind nicht mehr. Egal. Ich hoffe, dass er ja bläulich ist. Zack! Dadadadam dadadam dadam da-dam-dam-dam. Oh, was ist denn denn? Ach, zack! Der Propelle, Alter. Ich habe den Schuss getroffen, aber nur fast. Nein, nein, nein! Und easy. Easy, easy going, easy, easy going. Aber immer noch kein Minipilz. Von vorherigen Leveln kriegt man das eigentlich nicht. Ja, oder wir haben bei einem Level vielleicht kein Item eingesammelt dafür. Ach, das ist jetzt einfach nur... Ja, sollen wir uns auf jeden Fall merken, da wir... Jetzt kann ich nicht speichern. Welches Level ist das? Eichenheim 5. Vorher gab... Da gibt es noch einen... Da gibt es noch einen Yoshi. Oh, Yoshi ist wieder da. Wobei ich ihn eigentlich gar nicht brauche, aber... Was man hat, das hat man, ne? Und zweite Welt. So, gibt es jetzt nicht die Kanonen, ne? Zum Kuchen sind... Wo ist das denn nach? Wie verkehrt man nachher halt... Und kann man... Schlatter Roy, oder? Schon mal in zweiten Welt war mal Roy. Ja. War das das Roy? Schlatter Roy. Ja. Ja. Ich glaub dir einfach mal. Ich weiß nicht, du kannst jetzt wegwerfen und nochmal fliegen. Woah! Okay, das reicht nicht. Ah ja, stimmt. Man kann ja weiterhin fliegen. Hä? Hä, wieso hab ich jetzt meinen Yoshi mitgeworfen? Weiß ich nicht. Und unten links ist was. Yeah! Zweite Münze. Den, 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 den. Seine schießende Gamm, ne? Der ist da links. Oh. Ja, jetzt ist es egal. Mitz vorbei. Ich werde gleich mal zuwerfen. Ich hoffe, man muss schon mal durch. Ich hab nur Leben. Ach, cool. Ja, ich mach das alleine. Kein Ding. Nein! Du Sack! Wo ist das Yoshi, oder? Ja, genau! Ah, der kommt runter. Cool. Fressen. So. Verdient. Ah, der gute Propeller! Ach, das war in der Burg, ne? In der Burg nimmt man Yoshi's, glaub ich, nicht mit. Nein. Was ist mit Yoshi's? Okay. Wir werden auf jeden Fall den Propeller gebraucht. Oder den Eichenpilz, ne? Eins von beiden. Extra in Läufe 1. Notiert. Kommt auf die Endskala. Ja. Wer wie viele braucht. Am Ende werden wir eh einige haben. Für die Nutzen. Er wird aber eben viele bei der Burg verloren. Ja. Und doch! Er klaut doch! Nein! 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 Yoshi schiebt, glaub ich, ein bisschen. Oh nein! Der schreckliche Typ soeben hat mein Zeug geklaut. Hilf mir, Luigi! Ja, ja. Ist okay. Ich weiß gar nicht mehr. Gibt der Items? Ich glaub schon. Ja, jetzt können wir auf jeden Fall mit der Kanon zurückschießen. Was jetzt auch machen, wir holen uns das Item noch nicht. Ja, vielleicht ist ja irgendwo der Minipitz dabei. Richtig. Und das wäre ja ziemlich gut. So, jetzt wird das für meinen Kanon benutzt. Ja, ja. Fast vergesse. Ja. Puff. So. Nochmal ab in die Welt. Angst. So. Abschuss. Hat sich ja da... Spitzlos ist nicht aktiv. Stimmt, aber ich hab jetzt schon hochgepackt. Oder wir werden schnell laufen ziehen. Ich weiß, ich muss ja versuchen, es laufen. Drei, zwei, eins und... Gibt GUMMI! Nein, ich bin hängen geblieben. Zum Fehler. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Mopsi! Mopsi! Mein Zeugs. Tausend Dank. What? What? Das Power P? Was gab's da? Ja, doch. Stimmt. Aber... Ja, das ist für die krassesten Notfälle der Notfälle, ne? Wenn man echt keinen... Kein Ausbilder findet. Aber ich glaub, man könnte damit auch dauerhaft fliegen. Nein! Da liegt... Aha! Da liegt der... Gott sei Dank nochmals zurückschießen. Da lag ja kein Pinz. Was? Wie holen wir uns denn? Da ist auch einer. Ja. Ja, aber da kommen wir noch nicht hin. Davon können wir einfach lang laufen. Wie liegt der denn noch? Ja. Coole Sache. Zack. Wie sieht's aus jetzt? Na? Ein Item. Ja, stimmt. Den Brüller haben wir benutzt, ne? Ja. Na ja. Dum 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 dum. Ähm... So, sind wir mal zu Fuß gelaufen, weil wir einfach cool sind und das können. So. So, Mini-Pilz. Mini-Pilz. Wir brauchen einen Mini-Pilz. So, da wo der Bowser ist, da läuft man nicht hin. Und der ist... Wow, okay. Ich glaube den rechts. Okay. Okay, meiner ist ganz rechts, Apfel. Jetzt... Meiner ist ganz links. Meiner ist der dritte. Also von links, oder? Okay. Der zweite und der letzte. Ey, tot. Ja. Was für ein Vorteil, ne? Aber kein Mini-Pilz. Wie denn munscht der? Stimmt, der hätten wir immer eigentlich einen nutzen können, um Mopsi zu fangen. Naja, egal. Ja. So, ähm... Wollen wir nicht da auch schneller? Groll-Pilz auf der... Ich weiß gar nicht mal, wann damit schneller ist. Ich glaub... Ein bisschen... Ich will auch einen Yoshi! Yoshi, komm her! Yoshi! So. Ich glaube, wir gehen sogar leuchten in Yoshi, oder? Ne, doch nicht. Eigentlich... Okay, das war schlecht. Der Vorteil ist, du kannst ja einmal getrunken, wenn du Yoshi hast. Ja. So, ich weiß nicht mal den Kopf... Ah! Nein! Okay. Nein! Nein, nein, nein! Ah, ich war gerade draußen. Das ist Yoshi auch. Ich bin zerquetscht. Den Schatz den Kopf zu fressen ist halt weg. Oder du wachst, bis die auch nicht gepflanzen werden. Oder man, ich bin einfach drüber. So cool wie immer das ist. Aha! Der erst sieht schlecht aus. Ja, 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 ja. Ja, immer diese Leute, die einen Yoshi aufhören. Du hast auch deinen Yoshi zerquetschen lassen. So, ich bin ganz sicher, dass hier oben noch was ist. Was? Was? Kein Ur... Ah, das war so klasse. So viel kommt, ne? So klein? Ah, okay. Nein! Er kommt zurück! Nein! Nein, nein! Er kommt doch zurück! Ah, da wo ist das! Okay, ja, 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 ist okay. Ist in Ordnung. Nein! 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 Okay, das ist... Das ist ja gar nicht. Jetzt springen wir da hoch. Bist du oben? Ich läuft nur oben. Wo ist denn das Loch? Zeit ab... Zeit abgelaufen! Oh nooo! Aber ich mach auch die... Leute, die Zeit um uns einsam. Das heißt, wir die erste haben wir irgendwo liegen lassen. Hm. Ach, wo? Nein, wir haben keine Nischli mehr. Oh, der wird tot. Okay, jetzt schon mal nichts. Die haben irgendwo auf jeden Fall eine... Nee, eigentlich nicht. Warte mal, aber... Ah! Ah! Easy. Ich komm so. Nein! Nein! Jetzt wird schwierig. Ach. Aber es geht. Nein, 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 nein! Oh mein Gott! Da wird ja eben schon gestorben. Oh, okay. Cool, ja. Alles cool. Da. Oh komm, ich kann dich anhalten. Oh, da bist du... Da bist du... Da bist du... Na, krass. Bei Luigi, da rutscht man stark. Da rutscht man stark. Da rutscht mehr als bei dem normalen Mario. Ja? Ja. Boah. Wird lustig in der Eiswett. Oh Gott. Okay, jetzt wissen wir mal, wo die erste Münze ist. Immer hin. So, da musst du dann besiegen. Wo wir hier hin. Zack oder so. Ah, ja. Okay, okay, okay. Alles cool. Alles cool. Jetzt spielen wir mal drüber. Zack. Da hast du echt... Oh, das spielt ja fast da rein, ne? Immer dieser Rutschmodus hier. Aber wir warten das Teil ab, oder? So. Und go! Nein, wir werden nicht stehen. Nein, 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 nein! Das wissen die wir jetzt schaffen! Ich hab nur noch zwei Leben also. Ja. Mach mal das. Ey. So. Feuerblume. Frage. Na, ah ja, war so klar. War so klar. War so klar. War so klar. Ja. Findest du ja nur eine. Boah, okay. Alles von oben. Ist nichts! Er kann nur die Teile runter. Oh, okay. Ja. Das ist was. Komm. Da ist er. Ach. Ah. 10 Sekunden. 10 Sekunden. Schnell reiter. Run. 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 Es kommt so ein Stein. Badadadam, dumm 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 dumm. Drei Sekunden nur noch. Yes. Aber war erfolgreich. Erfolgreiche drei Sekunden. Wir haben immer doch keinen Mini-Pilz. Schönen's. Kann man das echt nur einen Mini-Pilz schaffen, da? Irgendwann muss da ein Minipitz kommen. Gut, Leute, ja, das war's für die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.